Winz, an deinem Geburtstag den Vertrag verlängert. Gratulation einmal. Du bist seit Winter bei der Ersten dabei. Wie siehst du deine Entwicklung und wie ist dein Resümee von dem halben Jahr jetzt? Am Anfang war es schon ganz was anderes, aber ich glaube mit der Zeit wird es immer leichter und ich habe mich auch gut in die Mannschaft integriert. Jetzt hoffen wir, dass es weitergeht. Du hast in dem früher deine ersten zwei Bundesliga-Einsätze gefeiert, Anfang, Beginn bis zum Eingekommen. Mit ein bisschen Abstand, wie schaut da dein Rückblick aus? Am Anfang war ich sehr nervös gegen Mattersburg, aber das geht nach der Zeit auch weg und gegen Salzburg, wenn du eingewechselt wirst, musst du von Anfang an da sein und ich glaube das wurde gut umgesetzt. Jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, ist auch immer ein bisschen ein Arbeitsauftrag in Wirklichkeit. Was hast du vor in Zukunft, in näherer Zukunft, in weiterer Zukunft? Also mein Ziel ist sicher Startaufstellung und der Mannschaft wird helfen, eine gute Saison hinzulegen.